Das ist eine Statue des heiligen Petrus hier in der Pfarrkirche in Dels in Tirol. Der Nachfolger des heiligen Petrus, Papst Benedikt XVI., tritt heute von seinem Amt zurück. Einen freiwilligen Amtsrücktritt eines Papstes hat es in 2000 Jahren Christentum erst einmal gegeben. Einige sagen, endlich ist der Weg dieser introvertierte Professor, der die Kirche in das finsterste Mittelalter zurückführen wollte. Andere wieder betonen, er hat Großes getan. Er hat Menschen im Glauben gestärkt. Er hat dazu beigetragen, dass christliche Konfessionen und Religionen einander näher gekommen sind. Er war ein herzlicher Mensch und er war eine weltweit anerkannte moralische Instanz. Mir ist klar, Papst Benedikt konnte nicht alle Probleme der Welt und der Kirche lösen. Aber er hat meines Erachtens auf die wesentliche Lösungsstrategie hingewiesen. Er hat immer wieder betont, lebt mit dem Gott, der die Liebe ist. Mit dem Gott, den Jesus uns zeigt. Dieser Gott bewegt uns Menschen, miteinander gut umzugehen und auf unserem Planeten zu schauen. Ich danke Papst Benedikt, denn er hat mir geholfen, genau diesen Lösungsweg einzuschlagen. Er hat es getan, weil er es mir vorgelebt hat und weil er mich inspiriert hat mit seinen Ansprachen und seinen guten Büchern. Ich denke, er hat genau das getan, was auch Jesus heute tun würde. Jesus hat gesagt, wendet euch Gott zu und lebt sein Gebot der Liebe. Dann werdet ihr Lösungen finden. Erlösung, erfülltes Leben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020